Schon mal Chicken Döner aus der Flasche gehabt? Na dann, pass mal auf! Meinen Döner heute mache ich aus Hähnchenbrust. Ich weiß, es ist zwar mager, aber ich will meinen Döner heute etwas sportlicher haben. Die Hähnchenbrüste schneide ich dann in Streifen und gebe sie in einen Behälter. Nun machen wir eine Gewürzmischung. Die Gewürze schreibe ich in die Kommentare. Und das geben wir zu unserem Fleisch hinzu, zusammen mit Joghurt. Und jetzt heißt es, schön einmassieren. Freunde, jetzt kommt ein genialer Trick. Und zwar füllen wir unser Fleisch in eine Plastikflasche. Und das kommt jetzt über Nacht in die Tiefkühltruhe. So, und das ist jetzt unser Döner. Verpackung einschneiden und dann abnehmen, auch wenn es nicht so leicht ist. Aufgepasst! Guckt euch mal an, wie geil sich da Scheiben rausschneiden lassen. Und die werden jetzt in einer Pfanne schön angebraten. Jetzt brauchen wir nur noch ein Brot. Jungs, schickt mal Brot rüber. Hat hier jemand Dönerbrot gesagt? Bitteschön. Ja, und danke für das Brot. Leute, ihr habt auch Bock auf so einen Döner. Dann kommt nach Wannwald zum Brunnen-Cabop ab 12 Uhr am Samstag. Und wir werden auch da sein. Und hier ist dein Brot. Danke, Bro. Naja, man kann ja nicht alles haben. Auf jeden Fall gab es bei mir eine Cocktail-Soße. Außerdem die Standardbeilagen. Aber ich gebe noch gerne frittiertes Gemüse und etwas Scharfkäse hinzu. So, und den probieren wir jetzt mal. Kommt am Samstag vorbei und überzeugt euch selbst.